ja leute herzlich willkommen zum nächsten video und diesmal habe ich was ganz feines für euch die leslie geoshocks so sehen sie aus 20 stück in der packung von 1 bis 5 nummeriert sind also fünf verschiedene effekte und jetzt werden wir die mal testen hingestellt habe ich sie schon und jetzt geht es gleich los so das waren die leslie geoshocks richtig feine bombenrohre einer meiner lieblinge mega so so so